Hallo Sarah, du bist echt cool und danke, dass du ein Autogramm wolltest und ein Bild und ein Grußvideo. Ich bin Miezi und ich habe das gewonnen. Ich bin Bami und ich habe das gewonnen. Ich bin Lara und ich habe das gewonnen. Ihr seid so toll zu mir, denn ihr seid so nett und so cool. Ihr seid immer so nett zu mir, denn ihr seid meine Dickel. Ich danke, ich danke, ich danke euch. Ich danke, ich danke, ich danke euch für eure Unterstützung und ihr seid so nett immer zu mir. Und danke, ihr seid so toll zu mir, denn ihr seid so nett und so cool. Ihr seid immer so nett zu mir, denn ihr seid meine Dickel. Ihr seid so toll zu mir, denn ihr seid so nett und so cool. Ihr seid immer so nett zu mir, denn ihr seid so nett zu mir, denn ihr seid meine Dickel.